Ich habe nicht viel Zeit, wir müssen reden. Okay. Dein Plan, Lucifer zu töten. Ja, willst du helfen? Nein, das funktioniert nicht, das ist albern. Oh, danke für die Unterstützung. Aber ich glaube, ich habe die Lösung. Es gibt jemanden außer Michael, der stark genug ist, es mit Lucifer aufzunehmen. Stark genug, um die Apokalypse aufzuhalten. Wer ist das? Er hat mich auferstehen lassen und euch in dieses Flugzeug gesetzt. Der, mit dem alles begonnen hat. Gott. Ich werde Gott suchen. Gott. Ja, Gott. Ja, er ist nicht im Himmel, er muss irgendwo hier sein. Vielleicht New Mexico, er soll auf Tortillas stehen. Nein, er steht nicht auf Ladenbrot. Hör zu, du Scherzkicks, selbst wenn ein Gott existiert, dann ist er entweder tot und das wäre das günstigste? Er ist da draußen, den. Oder er amüsiert sich und interessiert sich kein Stück für einen von uns hier unten. Ich meine, sieh dich doch um, Mann, die Welt ist so kaputt, wir sind sozusagen am Ende, die Welt geht unter. Und er chillt irgendwo und trinkt Schnaps aus einer Kokosnuss. Alles klar? Es reicht. Das ist keine theologische Frage, sondern eine strategische. Mit Gottes Hilfe können wir gewinnen. Das ist ein Hirngespinst, Cass. Ich habe diese Woche zwei Engel getötet. Das waren meine Brüder. Ich werde gejagt. Ich habe rebelliert. Doch ich habe das alles nur für dich getan. Nur für dich. Und du hast versagt. Du und dein Bruder, ihr habt die Welt zerstört. Und ich habe alles verloren. Für nichts. Also behalt deine Meinung. Für dich. Sagen Sie mir bloß nicht, dass Sie rein zufällig hier sind. Was genau wollen Sie? Ich wollte etwas holen. Ein Amulett. Ein Amulett? Was für eins? Ein sehr seltenes, das viel Macht besitzt. Es wird heiß in Gottes Gegenwart. Es wird mir helfen, ihn zu finden. Ein Ortungsgerät für Gott? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Sowas besitze ich nicht. Ich weiß, dass Sie es nicht haben. Was ist das? Darf ich es mir ausleihen? Nein. Den gib es mir. Na schön, in Ordnung. Aber nicht verlieren. Jetzt fühle ich mich nackt toll. Wir bleiben in Kontakt. Wenn Sie Gott finden, sagen Sie ihm, er soll Beine schicken.